Ich hoffe, dass das so klappt. Wir bauen ein Haus aus Stein-Kopf-Sülze, äh, Stein-Kopf-Sülze, eine Karawane! Äh, ne, danke. Nee, danke. Genau, geht ihr mal alle ins Bettchen. Wie weit sind wir denn jetzt mit unseren Rohstoffen installbaren? Vier Stück. Wie viel Stallbarren haben wir schon? Ähm, brauchen wir Leder. Wir brauchen auf jeden Fall beim nächsten Daily Update unser Leber. So. Hilft alles nix. So. Einmal speichern. Neuer Spielstand. Was-dam-dam-dam. Bevor irgendwas passiert, was nicht gut ist, dann kennt ihr. Wacht ihr? Das ist ja jetzt unter Tage, oder was? Hm. Also nicht. Ah. Die bauen am Häusli weiter. Sehr gut. Was sieht er? Äh. Footman sitzt am... ...am Herberfeuer? Mhm. Okay. Ein Footman, dem langweilig ist. Wo? Hm? Sollts ja auch gehen. Fußsoldat. Rastet am Feuer. Oh. Wer rastet, der rastet nicht. So. Dann machen wir mal folgendes. Pucken wir hier mal die Stühle hin. Dein Stuhl. Dein Stuhl. Das Feuer an sich nehmen wir hier mal weg. Und das ist nämlich gerade im Weg. Dein Stuhl. Du kannst das nicht nehmen. Dein Stuhl. Dein Stuhl. Das ist ja natürlich. Was Feuer? Bitte! Danke! Ah, jetzt geht's doch wieder los. Okay. Das ist aber auch neu irgendwie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie das früher mal gemacht haben. Öfter mal was Neues. So, einen Tisch. Einen Stuhl brauchen wir noch. Einen Stühlschen. Oh, zwei sogar noch. Ne, doch nicht. Den baut sie ja da hin. Na, wie weit sind wir denn? Da kommt der Last Run. Warum nicht alles hier rein transportieren? Das muss ich auch nicht verstehen, oder? Muss ich auch nicht verstehen. Ah, unser Holzmann ist wieder da. Verkauf finden. Da, nehmen wir mit. Dafür könnten wir uns eigentlich neue Betten kaufen. Ja, erstmal nicht. Achso, ich wollte das hier auslagern. Und zwar kommt das mal hier alles raus. So, dass hier letztendlich dann nur noch... Ja, das ist auch... ...nur noch die Sachen für den... ...weber drinnen liegen. Ich will das mal langsam hier aussortieren. Ich will das mal langsam hier aussortieren. Ich nehme mir das hier mal weg. Das muss mal hier hin. Unsere beiden Toten. Die wird betrauern können. Täglich. Die schniefen. So. Was bedeuten die Grabsteine denn, Papa? Ich weiß nicht, mein Kind. Was bedeuten die Grabsteine denn, Papa? Was? Ähm... Hier geben wir noch einen runter. Hier geben wir... Tägliches Update. Ja, warte! Tägliches Update... So, herz genug. Noch ein Siedler. Und hier gehen wir auch noch einen runter. Achso, wir wollten es hier zu Lederin machen. Andere Arbeit. Herr Wieberin, nicht Lederin. Wenn wir wieder ein bisschen Fiepzeuge herstellen können. Oh, klopp doch mal weg. Kannst du das auch direkt mit wegkloppen? Und dann kriegst du auch ein Trepsche. Er kriegt auch ein Trepsche, der hier wieder rauskommt. Ich glaube, wir gehen hier aber noch ein tiefer. Gucken wir mal, ob man da auf mehr Hochstoffe stößt. Ähm, so. Und die Mühle, und die Mühle. Haben wir denn hier überhaupt? Eisenerz, Kupfer, Steinbrücken. Okay, da haben sie ja schon mal. Leder Trepp. So, jetzt schauen wir mal den Leuten bei der Arbeit zu. Hier sehen wir einen Hardling in seiner natürlichen Umgebung. Er schuftet für seinen Meister. Was ist denn das? Was hin? Allerdings wissen wir nicht, wer sein Meister ist. So, da kommt dann auch noch eine hin. Die beiden sind da auch raus. Sehr gut. Dann kann man hier auch schon mal ein bisschen weiter buddeln. Hin. Da hin hin, da hin hin, da hin hin. Nicht zu viel, weil wir wissen ja. Die neuesten Studien haben ergeben, wenn man denen zu viele Aufgaben gibt, sind sie verwirrt. Toll. Ist nicht original hoch. So. Original. So. Jetzt holt mal eure Kolleginnen da raus, Jungs. Jetzt verhungert die uns da noch. Das wäre voll uncool. Die, 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 die. Na? Schafft ihr's? Holz nehmen? Ja. Rettung kommt! Rettung kommt! Wer ist die Rettung? Ja. Die Rettung versperrt ihr den Weg. Die will bestimmt Zoll oder so. Haben sie was für Verzollen? Die Rettung versperrt ihr den Weg. Die? Und was ist das da? Okay. Soweit, so gut. Ja. Geh. Erstmal was essen. Verdient hast es dir. Bumm. 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 Ich möchte nicht wissen, wie viele das inzwischen sind. Äh, ja. Da muss ich meine Footmans ganz schön für ausrüsten. War ja auch eigentlich nicht so vorgesehen, ne? Bumm. 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 Tütütütütütütütü. Ja, jetzt sind wir denn, also. Fast fertig. Der Lager ist auch schon wieder voll. Mit Essen. wo haben wir noch ein lager noch ein lager 11 da kommen essen und getränke rein die sind jetzt hier alle am meinen nennen, oder was? sieht so aus ok ja lasst doch jetzt eure arme kollegin da alleine das sind Helden? unglaublich unglaublich wir sind schon wieder dusch da dusch da ja jetzt möchte ich ja diese flanken da rein tun, damit man weiß wo was ist war nach meinen letzten erfahrungen nie immer fehler verursacht war nicht schön war nicht schön mein lieber Föhn so leutchen bling die sind doch noch gar nicht fertig oder wohl die machen das nicht richtig, damit sie das Dach drauf bauen können ich auch nix gesagt äh bitte hey was war denn das jetzt egal eine karavane erscheint siebenkartenzaun gegen rüben pff nö nö danke und klopfen sie das Dach darauf sehr gut sehr gut hier werden immer mehr oje 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 wo wird ist sie denn überhaupt hier kupferbarren sollte ich vielleicht immer ein paar kupferbarren herstellen zwei zwei drei zwei 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 drei zwei drei drei destru drei drei zwei drei 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 zwei drei drei Was für Pfarrkuchen? Wein. So kann das heißle. Ist doch gar keine Lampe dran, sehe ich gerade. Na so, what? Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum.